Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das ist das erste Mal, dass ich parallel für YouTube und für Instagram TV filme. Und ich hoffe, das funktioniert so. Ich möchte euch heute nämlich gerne zeigen von doTERRA das Family Essentials und Beatlet's Enrollment Kit, was ich sehr, 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 sehr für den Einstieg empfehlen kann. Und ich zeige euch heute mal, was da alles drin enthalten ist. So. Erstmal ist immer dieses Booklet mit dabei, wo jedes Öl von doTERRA und auch jede Ölmischung drin ist und wo ein bisschen beschrieben steht, was die kann und was die so macht. Dann hat man diese zwei Beatlet's. Und zwar, das ist einmal Peppermint und einmal Ongard. Und Pfeffermint ist einfach, könnt ihr euch vorstellen, wie die gesündere Variante von Tic Tac. Das sind wirklich so kleine Kügelchen, die man einnehmen kann für die Atemfrische, ist aber auch bei Magenbeschwerden, ist Pfeffermint sehr, sehr gut. Ich habe das auch schon mal erfolgreich genommen bei Sodbrennen. Und Ongard ist einfach so der Klassiker für die Stärkung des Immunsystems. Also Ongard benutzt man, um sein Immunsystem zu stärken und es hat aber auch so eine stimmungsaufhellende Wirkung. Ist also eigentlich das perfekte Öl für uns Mamas, weil es gibt nichts Schlimmeres als eine schlecht gelaunte Mutter und eine kranke Mutter. Und Ongard kümmert sich um beides. Und dann das Hauptstück dieses Set ist das Family Essentials Kit. Und das packen wir jetzt mal zusammen aus. Und ich stelle euch jedes Öl, was da drin enthalten ist, nochmal einzeln vor. So sieht das Ganze dann aus. Also es sieht auch wunderschön aus zum Verschenken. Das ist jetzt nur ein Beispiel für Sets, die es so gibt. Aber das ist tatsächlich das Set, was ich zum Einstieg für Mamas, für Familien auf jeden Fall empfehlen kann. Es riecht halt auch schon so mega geil, wenn man es einfach nur auf hat. So sieht das Ganze aus. Das sind die zehn Öle, die da drin enthalten sind, jeweils mit fünf Milliliter. Da kommt ihr auch weit, 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 weit damit. Und ich stelle euch jetzt jedes Öl mal vor und erzähle euch so ein bisschen was dazu. Im Vorfeld noch ein bisschen was anderes. Ich sage auch so ein bisschen was zur Anwendung, was ich so selber benutze. Das hier ist jetzt mal mein Diffuser. Da kommt hier unten Wasser rein und dann ein paar Tropfen vom jeweiligen Öl. Und hier oben raus kommt dann der Wasserdampf mit dem Öl. Und das kann sich dann schön in der Luft verteilen und man kann es halt so aufnehmen. Aber man kann die ja noch auf viele andere unterschiedliche Art und Weisen benutzen. Als erstes Öl ist hier drin Lavendel. Lavendel sagt, glaube ich, auch jedem etwas. Benutzen wir hier zu Hause halt ganz klassisch zum Einschlafen oder Besserschlafen. Ich habe das in einer Sprühflasche mit Wasser. Da sind ein paar Tropfen drin. Das sprühe ich immer vor dem Schlafengehen auf die Kopfkissen. Ich habe es auch schon mit fraktioniertem Kokosöl gemischt in einen Roll-on und den Kindern unten auf die Füße aufgetragen. Vor dem Schlafengehen zum besseren Schlafen. Aktuell benutze ich da gerade eine andere Mischung. Aber da ist auch Lavendel zum Beispiel mit drin. Also ich glaube, zu Lavendel muss ich nicht viel sagen. Dann haben wir drin Lemon, also Zitrone. Das muss ich auch immer da haben. Da benutze ich auch, also das benutze ich sehr, sehr regelmäßig. Und zwar benutze ich das zum einen ins Wasser, weil es unglaublich gut schmeckt. Aber benutze es natürlich auch so zum Diffusen. Und auch hier in den Diffusern gibt man manchmal halt auch so Mischungen. Also eine Mischung aus verschiedenen Ölen. Und da mische ich auch sehr, sehr gerne was mit Lemon. Und ich würde euch einfach immer mal auch so ein bisschen was aus dem Booklet, was dabei ist, so ein bisschen zu dem Öl vorlesen. Und dann suchen wir uns jetzt einmal Lemon raus. Da. Hauptnutzen. Aufmunternde und energetisierende Eigenschaften zur Förderung einer besseren Stimmung. Deswegen ist das auch für uns manchmal so gut, aber auch für die Kinder. Spritziges Aroma für Speisen und wirkungsvolle Ergänzung für Haushaltsreiniger und Seifen. Also ich putze tatsächlich fast ausschließlich nur noch mit selbstgemachten Haushaltsreinigern, wo auch ätherische Öle drin sind. Da gibt es ein Video auf YouTube dazu. Dann hat man nochmal Pfefferminz als reines Öl hier mit drin. Und Pfefferminz ist wirklich so eine für die Mundgesundheit. Bei Magenbeschwerden kann man es wie gesagt auch nutzen. Was ich auch mache, ich habe Pfefferminz auch in einem Roll-on und trage das sehr, sehr gerne auf, wenn ich einfach so ein bisschen müde bin, wenn ich kaputt bin, einfach um so einen Energieschub zu haben. Denn es kräftigt und belebt die Sinne, lindert Magenbeschwerden und unterstützt die Mundgesundheit. Dann haben wir das vierte Öl ist Air. Und Air wird jetzt richtig, richtig interessant, wenn jetzt wieder diese Schnupfenzeit uns bevorsteht. Weil das einfach was Gutes ist für die Atemwege. Denn das sind dann einfach belebende Dämpfe, kühlt und beruhigt die Haut zum einen und befreit die Atemwege, fördert eine leichte Atmung. Genau, das ist schon mal sehr, sehr cool. Dann hat man noch drin... Moment, Moment, Moment. Ich versuche die immer gleich hier rauszunehmen. Ich glaube, die Blue ist das nächste. Ich würde es euch gerne auch zeigen. Kriege ich das jetzt nicht aus der Verpackung raus? So, egal. Also das nächste ist auf jeden Fall die Blue. Ich zeige es euch einfach hier drin. Dann seht ihr auch, wie es aussieht. Also, hier, die Blue ist auch enthalten. Und die Blue lindert und kühlt ist die perfekte Mischung für eine wohltuende, lindernde Massage nach einem langen Arbeitstag oder einem intensiven Workout. Hilft, Anspannung abzubauen, ruft Gefühle der Entspannung hervor und bietet gezielte Linderung. Also kann man auf den Rücken massieren. Kann man in Finger, Handgelenke, Schultern, Nacken massieren, wenn man einen langen Arbeitstag hatte. Kann man bei Wachstumsschmerzen auch den Kindern auf die Beine geben. Also da dann immer wichtig, wenn man es auf die Haut aufträgt, dass man das mit einem passenden Öl, also zum Beispiel fraktioniertem Kokosöl mischt. Was dann auch noch drin ist, ist Mela Leuka oder auch Teebaumöl. Ich glaube, da muss ich auch nicht viel sagen. Teebaumöl wissen wir alle, dass das sehr gut für unsere Haut ist. Das nächste, was drin ist, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Öl. Und eins, was ich auch sehr empfehle von doTERRA, ist es Frankincense oder Frankincise. Es ist Weihrauch und Weihrauch kommt auch in ganz, ganz vielen Mischungen vor, die man so machen kann. Ist da immer sehr essentiell. Und aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung hat Weihrauchöl bedeutende regenerierende Eigenschaften, die ihm eine große Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten geben. Seit Jahrhunderten wird Weihrauch wegen seiner wohltuenden und verschönernden Eigenschaften verwendet. Besonders zur Verjüngung der Haut und zur Förderung der Entspannung. Hauptnutzen hat man hier wieder, beruhigt die Haut, reduziert das Erscheinen von Hautunregelmäßigkeiten und fördert, Achtung, jetzt kommt das für mich eigentlich Wichtigste. Haut ist auch wichtig, aber fördert friedliche, entspannende und zufriedene Gefühle des allgemeinen Wohlbefindens. Und ich nutze das sowohl für mich, als auch für die Kinder. Manchmal, kennt ihr auch, kommen die so heim und sind so boah, 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 von so einem anstrengenden Kindergartentag und da muss man die erstmal wieder ein bisschen runterfahren. Und da diffuse ich dann halt sehr gerne zum Beispiel sowas. Dann hat man ein weiteres Öl, jetzt geht es ein bisschen in eine andere Richtung, und zwar ist das Oregano. Und auch hier, da bekommt ihr gleich auch mal einen Einblick, was hier dann immer so ein bisschen dazu geschrieben steht, was ihr hier in dem Heftchen immer so ein bisschen findet. Oregano, Hauptnutzen, würziges Kräuteraroma für Speisen, also ätherische Öle kann man auch für Speisen verwenden, bietet antioxidative Vorzüge und gibt der Haut ein wärmendes Gefühl. Also da dann natürlich auch immer ein Trägeröl verwenden. Und wie gesagt, kann man jetzt in der Küche verwenden, kann man auch als Haushaltsreiniger verwenden, kann man auch, aha, traditionelles Hühnersuppenrezept, genau. Genau, ist also vorrangig eigentlich tatsächlich in der Küche vertreten. Dann auch ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr praktisches, sehr, sehr notwendiges Öl, und zwar ist das Sengest. Und zum Sengest möchte ich euch natürlich auch ein bisschen was erzählen. Da haben wir es. Bekannt als die Magenmischung von doTERRA, bietet Sengest viele Vorteile für die Verdauungsgesundheit. Die beruhigenden Eigenschaften dieses Öls können Magenbeschwerden lindern, fördert eine gesunde Verdauung, lindert gelegentliches Unwohlsein und bei Auftragen auf dem Bauch beruhigt dieses Öl Schmerzen, die mit Magenverstimmungen einhergehen. Und ich hatte das früher sehr, 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 sehr stark, als ich noch nicht wusste, gegen welche lebensmittel ich allergisch bin. Aber auch jetzt hat man das manchmal auch noch, oder auch so dieses Völlegefühl oder auch den Blähbauch. Und auch die Kinder haben manchmal einfach Magenbeschwerden und man kann es auf nichts Bestimmtes zurückführen. Dann ist das halt super schön zum Auftragen. Wie gesagt, immer mit einem Trägeröl mischen. Und das letzte Öl, das zehnte Öl, ist halt On Guard. Das hatte ich euch bei den Beatlets schon erzählt, dass das halt wirklich so ganz klassisch für die Stärkung des Immunsystems verwendet wird. Fördert ihre körpereigenen Immunkräfte auf natürliche Weise. Fördert das körpereigene Immunsystem, bietet antioxidative Vorzüge und es vitalisierend und stimmungsaufhält. Also was man dann auch immer in dem Heft so hat, ist so eine kleine Beschreibung zum Öl, Hauptnutzen und auch Anwendungsbereiche, wie man es anwenden kann, in welchen Bereichen und für was. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr als diese Anwendungsbereiche. Aber das ist für den Anfang halt richtig, richtig ein schöner Wegweiser. Genau, das sind die Öle, die in diesem wunderschönen Family Essential Kit enthalten sind und das ich euch heute gerne einmal vorstellen möchte. Wenn ihr weitere Fragen habt zu einzelnen Ölen, zum Kit, zu doTERRA an sich, dann könnt ihr mir jetzt sehr, sehr gerne eine Nachricht schreiben auf allen möglichen unterschiedlichen Wegen. Da wisst ihr Bescheid. Und ansonsten stelle ich ja auch auf Instagram immer mal wieder einzelne Öle vor und wie ich die auch benutze. Also folgt mir da sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!